Stadion Sindel parat. Mein Name ist Rudi Kuhnz, ich bin Turnierdirektor des Beachvolleyballturniers hier in Gstaad. Gstaader Turnier ist eines der drei grössten der Welt. Nach der Absage in diesem Jahr und der Aussicht, dass Corona uns noch länger beschäftigt und belastet wird, haben wir entschieden, dass wir ein Crowdfunding machen, damit wir fehlende Einnahmen für das Turnier 2021 mit dem Geld, das von der Plattform reinkommt, ausgleichen können. Obwohl Strand und Berge auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpassen, hat sich der Anlass im Berner Oberland etabliert. Letztes Sommer hat das internationale Turnier bereits zum 20. Mal stattgefunden. Ein Jubiläum mit unbeschreiblicher Stimmung. Das Beach-Turnier in Gstaad ist nicht nur unser absoluter Lieblingsturnier, sondern auch das Highlight des Jahres für ganz viele internationale Spieler. Und es erfüllt uns auch mit Stolz, wenn einfach so viele Leute, die auf der ganzen Welt herumreisen, auf Gstaad kommen und sagen, Hey, das ist der schönste Platz, wo ich ehemals war. Und dass wir das auch in Zukunft erleben dürfen, sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Unterstütze auch du jetzt unser Projekt auf I Believe in You. Und dann werden wir es gemeinsam nächstes Jahr in Gstaad oben ein Riesenfest haben. Für uns alle ist gerade im Moment eine sehr schwierige Situation. Und darum wäre es umso wichtiger, dass wir das Crowdfunding von Gstaad unterstützen. Wir möchten gerne wieder da hochkommen und wirklich auch ein Turnier spielen und nicht nur trainieren. Jede Spende zählt. Da können wir gemeinsam etwas Grosses bewirken. Ich will kleine Spenden geben auch einen schönen Betrag. Also, wir rechnen mit dir und sehen uns 2021 in Gstaad.